In diesem Video geht es um die besten Bluetooth-Headsets. Der Qualitätssieger in unserem Bluetooth-Headset-Test geht an das PolyVoyager Focus. Für Berufstätige, die eine Verbindung zu einem PC-Mac über USB-A und oder ein Mobiltelefon benötigen. Kompatibel mit diversen Plattformen für Kollaboration und Sprache. Berufstätige, die in einer ablenkenden Umgebung zu Hause oder im Büro arbeiten. Bequemes Laden am Schreibtisch, weiche Kunstleder-Ohrpolster für ganztägigen Komfort. Die aktive Geräuschunterdrückung ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihren Anrufer zu konzentrieren und nicht auf die Hintergrundgeräusche. Drei Mikrofone mit Rauschunterdrückung sorgen dafür, dass die Anrufer der Gegenseite Sie hören und nicht Ihre Umgebung. Bis zu 12 Stunden Sprechzeit und bis zu 15 Stunden Hörzeit. Die Reichweite beträgt bis zu 30 Meter. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Jabra Evolve 65. Bluetooth 1.5 Technologie bietet Ihnen Freisprechkonnektivität bis zu 30 Meter von PC oder Smartphone. Wiederaufladbarer Akku für bis zu 12 Stunden. Akkulaufzeit 2 Stunden. Das Bissi-Light leuchtet, wenn Sie telefonieren, und verhindert, dass Sie von anderen gestört werden. Duale Konnektivität für eine gleichzeitige Verbindung mit Ihrem PC und einem anderen Bluetooth-Gerät. Passive Geräuschunterdrückung verhindert hochfrequente Geräusche, wie menschliche Stimmen. Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Die Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bluetooth-Headset-Test ist das MyDi Bluetooth-Headset. Das Bluetooth-Headset filtert bis zu 90% der Übertragungsgeräusche, sodass die Gesprächspartner auf der anderen Seite die Hintergrundgeräusche nicht hören. Die Stimmen sind klar und deutlich und die Verbindung ist hervorragend, um eine flüssige Kommunikation zu ermöglichen. Das leichtes Wireless-Headset bietet gepolsterter Kopfbügel und atmungsaktiven Proteinhaut-Ohrenschützer bieten maximalen Komfort. Das um 330 Grad drehbare Mikrofon ist umkehrbar, sodass der Ohrhörer auf der rechten oder linken Seite verwendet werden kann. Das drahtlose Bluetooth-Headset mit einer Verbindungsreichweite von bis zu 30 Metern bleiben Sie auch fernab Ihres Schreibtischs mit Ihrem PC, Smartphone oder Tablet verbunden. Unterstützt auch Laptops ohne Bluetooth-Funktion per USB-Dongle. Das Bluetooth-Headset bietet bis zu 25 Stunden Sprechzeit und 250 Stunden Standby-Zeit bei voller Ladung von 2 Stunden. Die duale Konnektivitätstechnologie ermöglicht es Ihnen, sich gleichzeitig mit Ihrem PC und einem weiteren Bluetooth-Gerät zu verbinden. Sehr zu empfehlen für Online-Kurs, Callcenter, Office, Heimarbeit, perfekt für Videokonferenzen, Webinare, Skype-Chats und Telefonkonferenzen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.